Da sollen wir, glaube ich, hin. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Forspoken. Oh, ein Totes. Hör auf, dich zu rollen. Gib mir dein Zeug. Kroku ist ein gutes Kroku. Aha, hier müssen wir wohl andere Dinge noch tun. Ach jetzt, ich musste bloß in den Bereich. Okay. Überfall, wie überfürchtet. Was? Warum zum Geier hast du nichts gesagt? Der Spaß hört einfach nicht auf, was? Echt jetzt? Was soll der Scheiß? Jetzt kommt das Überkrokodil. Nein, 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 nein. Die Truhe geht frei. Gut, damit haben wir das auch geklärt. Ich stelle wieder meine Dings ein, weil ich will das ja verbessern. Noch eine Kette. Ich will nie wieder ein Krokodil sehen. Ja, es wäre klug, in der Nähe von Seen, Teichen und anderen Gewässern vor sich weiten zu lassen. Was sehe ich denn da? Die hat sich versteckt. Und dennoch so eine... Oh. Und ich kann die nur nach da holen. Oder... Das ist ja mies. Aber ich lasse mich nicht ärgern. Nicht von euch. Wenn ihr mir die schon unterschlagt. Fünf alte Münzen. Und das wollten die mir einfach nichts... Oh. Da müssen wir auch hin. Da kommen wir noch hin. Später, wenn wir hier in diesem Gebiet sind. Guck mal, da ist auch noch ein Dorf. Das ist aber riesig hier, ne? Das ist echt riesig. Und hier habe ich mir ja schon Sachen markiert. Und da will ich unbedingt hin. So. Wo haben wir... Äh, Blümchen. Ich mag Blümchen. Bist du auch Blümchen? Nein. Da. Guck mal, habt ihr gesehen? Jetzt werden wir übers Wasser laufen. Sie heißt nicht frei. Sie heißt Jesus. Sie ist ja auch übers Wasser gelaufen. Ja. Ein Metallklubchen. Jetzt fehlen mir nur noch sieben. Ich muss mal hütteln. Ich muss mal hütteln. clumpen. Blümchen. Glümchen. Töltchen, Töltchen. Habe ich alle? Ja. Wir wollen zu eins. Wenn ihr jetzt stehen bleibt, das ist nur ganz flaches Wasser. Das täuscht also. Also sie kann nicht über Wasser laufen. Wo ist denn die? Da oben? Da war noch was. Ich spüre Falle in der Leer. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schau kapiert. Wie geht es dir? Viel Wettbewerb. Salz noch vor einer Minute. Okay. Wir haben da auch was verbessert. Hat man gesehen. Ich bin ja mal gespannt, wie viel wir jetzt davon haben. Das werden wir aber erst erfahren, wenn wir in der Zuflucht sind. Und das schaffen wir noch in dieser Folge. Und dann denke ich mal, wenn ich feierabend bin heute. Es macht schon Spaß. Und wenn alles klappt, dann bin ich ja mal morgen gespannt. Ich habe mir eine andere Grafikkarte nach langem Hin und Her überlegen geordert. Ich will mal sehen, ob das was bringt. Sonst schicke ich die wieder zurück. Die ist sau teuer. Die sollte eigentlich heute kommen. Aber das hat der Versand nicht auf die Reihe gekriegt. Was ganz komisch war. Ich habe zwei Sachen bestellt. Eine ist angekommen. Und die andere wurde noch 24... Also das ganze Wochenende irgendwo gelagert. Na schön, dann knaps ich mal schnell. Glauben, dass ich meine Karte auch wirklich kriege. Und nicht, dass ich einen leeren Karton bekomme. Oder einen, wo zwei Meiltüten drin sind. Was man denn alles so hört, ne? Das Tal. Jetzt habe ich nur noch ein Foto zu machen. Und dann sind die Kinder glücklich. Das ist aber noch nicht mal die Hälfte. Ich glaube, 50 Fotos kann man machen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ob wir hier unser neues Kätzchen sehen. Huch. Da ist sie. Die andere sitzt immer da oben. Die sitzt immer da oben. Da sitzt immer eine. Da sitzt auch eine. Guck mal. Lieber meine Kätzchen. Hab ich das schon gesagt? Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Wir können hier mal reingucken. Forellenberg. Da ist aber noch was anderes Dickes. Guck mal, was ist das denn da? Hier bin ich jetzt. Die holen wir uns auch noch. Ah, na, scheiß. Ich will alle Truhen haben. Ich, das ist so, ich weiß auch nicht. Messi. Truhen Messi. Hallo, Miezi. Mal sehen. Was Gutes dabei? Ich weiß, dass man das auch... Hier, den haben wir endlich verbessert. Oh Gott sei Dank. Hieb abgeschlossen. Steiger den Schaden und rote Magie plus eins. So, und was muss ich hier machen? Das machen wir gleich als nächstes. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Drei von 15. Und hier... ...hab ich noch gar nichts im Kinn. Besiege den letzten Gegner in einem Kampf. Ich muss unbedingt den letzten damit besiegen. Damit ich das denn mal... Ich benutze das ja oft. Sag ich mal. So, hat man dann immer seine... ...Dinge, die man machen kann. Äh... Wir haben eine neue Halskette. War das die hier? Nein. Hier. Die Gnade. Die werde ich jetzt mal gleich verbessern. Weil die macht hier Verteidigung. Ich verliere auch immer den Überblick. Ich gebe es ja zu. Bis 55. Weil ich brauche ja hier auch noch. Ich weiß nicht, wie weit das liegt. Aber ich habe ja genug große Astern. Aber irgendwann wird Schluss sein, ne? Schade. Die kann ich jetzt nichts mehr machen. Wir behalten die mal noch. Die können wir... Die müssen wir erst noch ein bisschen aufpimpen. Und zwar hier die rote Magie. Ja. Na gut. Hier bei Eklat können wir da irgendwas. Schaden durch Frejas Zauber. Schaden durch Zauber. Ja. Silas Zauber macht mehr Schaden. Den nehme ich aber jetzt gerade im Moment, ne? Auch nicht schlecht. Was steht hier? Angriffsmagie der höchsten Stufe kann Gegner in Brand setzen. Schubmagie minus 5. Minus bedeutet, es wird schlechter, würde ich sagen. Ich mache es einfach mal. Das sieht man auch an ihren Fingern dann gleich. So. Eigentlich, wenn ich jetzt folgendes Ende gemacht hätte, hätte ich mich hier hingelegt. Weil das ist einfach schön, wie die Katze sich dann an sie rankuschelt. Erstmal den hier, ne? Das ist ein neues Gebiet. Der gehört zu uns. Cool. Noch ein Kätzchen. Wo haben wir denn jetzt den Glockenturm? Da. Hier ist noch so ein... Ich weiß nicht, wofür ich das noch einsammle. Nein, ich weiß es schon. Die sollen noch drei Tanters besiegen. Wir werden hier noch Zauber kriegen ohne Ende. Ich werde hier nachher nicht mehr durchsehen. Und immer wenn ich mich an einen gewöhnt hat, wird es einen neuen geben. Hundertprozentig. Guck mal, da oben ist eine Burg. Fort Corumag. Indem hier den Forellenberg. Oha, hier ist ja noch allerhand Zeug. Das haben wir schon. Da wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Bleib noch in dem Gebiet. Ich möchte immer hier alles fertig haben. Meins. Deswegen lohnt sich das schon, denke ich mal, das zu sammeln. Als wir Tante Sila besiegt haben. Also Tante Sila natürlich. Haben wir als erstes... Oh, da oben muss ich hoch. ...alle Zauberskillen können, weil ich genug von dem Zeug hatte. Ich hatte ja fleißig gesammelt. So, dann wollen wir mal gucken. Ach, Kacka. Ha, ha, ha. Nix, Kacka. Was haben wir hier? Nee, ich wollte hier gucken. Ich wollte mal schauen. Ja, ist wirklich nur der? Da ist auch noch was. Dann machen wir aber erstmal Katze, ne? Wir machen erstmal Katze, würde ich sagen. Erstmal Katze, dann können wir uns in das Gebiet hier wagen. Da ist ja noch sowas. Und dann schauen wir mal weiter. Erstmal hier runter. Da geht's, die Katze. Ja, ich hab da, weil die wir in Krauchen sehen wollen. Hm. Wenn es eine Errungenschaft geben würde, sammle immer dein Inventar voll. Ich glaub, die würde ich auch schaffen. Ich hoffe, hier sind keine Viecher. Und hoffe, ich hoffe, dass es... Ah, es ist in der Nähe. Ha! Scheiße. Ich wollte mich schon bücken. Da liegt sie. Das Hürmchen. Mal gucken, was das für eine Katze ist. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Wir werden es sehen. Ich werd sie aber alle finden. Oh, Mensch! Da hat sie wieder einen Schritt gemacht, den sie nicht machen sollte. Kommt auch später wieder. Das ist schön, dass man nicht erst eine halbe Stunde warten muss oder so, dass man es abbrechen kann. Ich kann mich nicht bücken. Jetzt. Guck mal, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, ne? War's das. Das ist wieder eine mit Horen. Wir haben doch eine mit Horen. Wir haben die doch schon. Hä? Ich bin mir sogar ziemlich... Na, wir werden es merken. Nee, die haben wir nicht. Ich glaub, die hat ja auch an den Füßen Ringe. Die andere hatte nur am Schwanz, ne? Die ist auch dunkler. Oh, ist die süß. Oh, grave, Mietzi. Meine Güte, eine richtige Gatschenflüsterin. Ja, und Sana, eine von Tanta Brafs vertrauten. Sie scheint keine Angst vor dem Bruch zu haben und hüpft üblicherweise münte in Avoulet herum. Sana war für die Ernährung der Bürger zuständig. Sie bestand stets darauf, dass die Leute mehr frischen Fisch essen sollten, da Avoulet mit reichen Fischbeständen gesegnet war. Viele nehmen an, dass das mit ihrer Vorliebe für Meeresfrüchte zusammenhängt. Doch sie wiederholte immer zu, dass ihre Empfehlungen allein auf dem Nährwert fusten. Die Katze. Klar, dass eine Katze empfiehlt, Fisch zu essen. Also, der Kater von meinen Eltern, der hat immer frischen Fisch bekommen. Also, wenn es Fisch gab, hat mein Vater und auch meine Mutter auch ihm extra was fertig gemacht. Ja. Oder sie haben Fleischchen gekauft, extra Hühnerfleisch. Das wurde ein kleingeschnittenes Mund gerecht. Als der Kater älter war, fehlten ihm ja schon ein paar Zehen, wie beim Menschen natürlich auch. Und dann bekam er Fisch. Ah ja, gut, von dem ihr wisst ihr. Jetzt war das sinnlos. Wo denn? Sie war aber der letzte Gegner. Wo wir spielen. Oder soll ich die letzten drei Gegner damit besiegen? Ich weiß es nicht. Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Achso, haben wir schon. Da war das. Ah. Jetzt wieder irgendwas funktioniert. Die ist übers Held geflogen. Habt ihr das gesehen? Übers Zelt. Die Frau von Welt fliegt übers Zelt. Huch. Nicht so wild, junge Frau. Aber die sammeln wir ein. Wer macht da wieder Lärm? Nadelstein. Ach, da ist noch wer. Ach, sammle Kraft und füge ihnen einen Schaden zu. Null von drei. Die letzten drei Gegner oder die letzten Gegner? Ich hab das jetzt wieder nicht gelesen. Jetzt gehen wir zu vier. Oh, die Zeit rast, ne? Ich hab gar keine Lust aufzuhören. So, das haben wir dann auch erledigt. Ja, hier oben ist jetzt alles geklärt. In der nächsten Folge sehen wir uns in diesem Dorf, vielleicht. Ich werd aber vorher noch diese Truhen holen. Die hier. Dann ist das nämlich erledigt. Und dann machen wir weiter, ne? In diesem Dorf hier, würd ich sagen. Hier oben haben wir ja schon alles. Hier können wir auch. Hier ist wieder ein Glockenturm. Da. Ah, cool. Wir schauen mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.